Musik So, hallo Leute, hier ist der Sebastian aus Ulm und ich bin jetzt wieder zurück in meine Heimat. Ich habe gestern echt megamäßig Spaß gehabt mit dem Dominik bei diesem Interview. In der Stelle nochmal ein Gruß raus an ihn und ich hoffe, ihr habt das genauso gefeiert wie ich. Ich habe das super, super genossen. Er hat so tolle Antworten gehabt auf meine Fragen. Das habe ich echt nicht erwartet, dass das so, so intensiv und so spannend wird. Also, ja, an dieser Stelle echt nochmal ein Dankeschön an ihn, dass er sich dem Interview gestellt hat. Ja, wie man sieht, ich habe hier gerade gelernt, beziehungsweise nicht wirklich gelernt, sondern ich habe das, was ich hier zusammengefasst habe von meinem Uniskript auf Band gesprochen. Also hier mit dem Mikrofon in den Laptop und werde dann diese, ja, ich schätze mal so drei Stunden Material wird es dann sein, werde ich dann bis zur Prüfung mir immer wieder anhören und werde schauen, wie das dann funktioniert. Immer noch auf, inspiriert von Peter Fram, der das suggeriert hatte, dass das super funktionieren soll, wenn man sich das immer wieder anhört. Das ist ja auch irgendwo logisch, also wenn du, er hat das Beispiel genannt von atemlos durch die... Und wie geht das weiter? Jeder von euch, jeder Einzelne weiß, wie es weitergeht, einfach nur, weil man das ständig gehört hat. So, ständige Wiederholung prägt sich gut ein. Ich hoffe nur, dass ich das hinkriege, das oft genug zu hören, sodass sich das auch wirklich einprägt und dass ich das dann mit VWL auch noch hinkriege. Ja, ich werde auch auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten, wie das läuft mit dem, mit dieser neuen Methode des Lernens, die mir hoffentlich Aufwand erspart und mir trotzdem ein gutes Ergebnis bietet. Das wäre natürlich super, wenn ich die Prüfung da so halbwegs easy damit bestehen würde. Ja, generell fühle ich mich echt mega fantastisch gerade. Ich werde gleich zur Buzzportation gehen, dem coolsten Event in Ulm. Und, ja, und ich habe auch echt sehr coole Nachrichten bekommen in den letzten Tagen. Ich habe einen Kumpel, der hat einen neuen Job gefunden und hat es geschafft, sich aus dem alten Job rauszuigeln. Ich finde das, ich kenne das so gut, wenn du einen Job hast und du weißt eigentlich, er taugt dir überhaupt nicht. Das sind mega miese Arbeitsbedingungen. Du fühlst dich nicht wertgeschätzt und trotzdem schaffst du es nicht, dich loszureißen, weil deine Wurzeln da so fest dranhängen. Das Wurzelchakra ist extrem krass da festgebunden an dieses Einkommen. Und deswegen, ich finde das auch eine mega schwere Sache, seinen Job zu wechseln und überhaupt sich einen neuen Job zu suchen. Und dementsprechend, ja, war ich echt stolz auf ihn. Er hat da wohl echt ein krasses Bewerbungsgespräch dann auch gehabt, wo er anderthalb Stunden lang echt gelüncht wurde von drei verschiedenen Leuten in drei verschiedenen Sprachen, die er irgendwie beherrschen musste. Und, ja, echt krasses Ding. Also, Grüße an Andi. Echt krass, dass du das durchgestanden hast und den Job bekommen hast. Und, ja, es tut mir deswegen so gut, das zu hören, weil das genau das ist, was ich so liebe am Leben. Wenn man so eine Herausforderung hat und die dann es einem auch nicht einfach macht, sondern die einen wirklich bis aufs Äußerste fordert und man da aber dann trotzdem durchgeht und noch stärker wird daraus. Das ist ein Effekt, den ich absolut liebe am Leben und in meiner, ja, in meinem täglichen Leben, in meiner Arbeit, in meinem Dasein. Und wenn einer von euch das Gefühl hat, er möchte auch sich einen neuen Job suchen, möchte irgendwas Gravierendes ändern im Leben, um frischen Wind reinzubekommen, um die Richtung zu ändern, um komplett auszurasten, Leute. Um komplett endlich mal in Richtung der Ziele zu gehen, um endlich mal das Leben zu leben, was ihr leben wollt. Ich stehe euch auf jeden Fall zur Verfügung. Ich bin immer, immer begeistert, jemandem helfen zu können, der da in genau diesem Bereich Hilfe braucht. Und ich glaube auch, ich bin da ein ganz guter Ansprechpartner. Ja. Also, mir geht es echt gut mit diesen tollen Neuigkeiten, dass Leute ihr Leben umkrempeln können und dass man nicht immer gefangen bleiben muss in der Situation, in der man sich nicht wohlfühlt. Das mal als Motivation für heute. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Peace out.